Was ist eine magnetische Resonanzbildgebungsmaschine? Ein Magnetresonanzbildgebungsgerät oder Funktionalmagnetikresonanzer Imaging-Gerät ist ein Gerät, das in Echtzeitbilder der Gehirnaktivität aufnimmt, wenn eine Person eine Aktion ausführt. Die Aktionen können so einfach sein wie das Antippen eines Fußes oder das Anzeigen eines Resonanzbildes. Das Magnetresonanzbildgebungsgerät ist in der Lage, sehr kleine Änderungen des Blutflusses zu erfassen und kann auch verwendet werden, wenn eine neurale Bewegung durch das Rückenmark festgestellt wird. Das Verfahren ist relativ nicht invasiv und verwendet keine Strahlung. Es erzeugt ein starkes Magnetfeld, und Personen mit Herzschrittmachern, Ohrimplantaten und bestimmten Metallspulen in den Blutgefäßen können keine Magnetresonanz-Tomografie durchführen. Die Probanden müssen sich auf ein schmales Bett legen und sich leicht zurückhalten, um jede Bewegung zu verhindern. Dies ist besonders kritisch, wenn Menschen mit einer Form von Psychosesur wie kleine Kinder abgebildet werden. Uhren, Haarnadeln, Ringe und andere metallische Gegenstände werden entfernt und das Objekt langsam in einen engen, kreisförmigen Raum innerhalb des Magnetresonanzbildgebungsgeräts eingeführt. Einige Menschen berichten von leichten Klaustrophobie-Gefühlen, stehen jedoch über eine kleine Gegensprechanlage in ständiger Verbindung mit dem Bildgebungstechniker. Der Vorgang kann zwischen 15 Minuten und einer Stunde dauern. In der Magnetresonanz-Tomografie-Maschine kann das Subjekt aufgefordert werden, auf bestimmte Geräusche zu hören, Aufgaben und kognitive Aktivitäten auszuführen, z. Die Maschine kann dann die Reaktion des Gehirns auf diese Aufgaben abbilden. Im Gegensatz zu einem Elektroncephalogramm, bei dem der elektrische Strom im Gehirn untersucht und gemessen wird, kann das Magnetresonanzbildgebungsgerät die Aktivität aus allen Regionen des Gehirns aufzeichnen. Die Bilder haben eine hohe Auflösung und können bis zu einem Millimeter genau sein. Die Ergebnisse der Scans werden in der kognitionswissenschaftlichen Gemeinschaft häufig als Mapping- und Gehirnanalyse-Werkzeug verwendet. Die Magnetresonanz-Tomografie nimmt Bilder der Körperstruktur auf, wohingegen die Magnetresonanz-Tomografie in der Regel die Stoffwechselaktivität und Funktion abbildet. Die Stoffwechselfunktion bezieht sich auf alle Prozesse, die erforderlich sind, um einen Organismus am Leben zu erhalten, z. B. die Umwandlung von Nahrungsmitteln in Energie. Das Magnetresonanzbildgebungsgerät erzeugt Bilder, die tatsächlich die Stoffwechselaktivität in den Körperstrukturen untersuchen können. Die Geräte sind nicht unumstritten, da sie manchmal ein falsches Positiv produzieren können. Dies tritt auf, wenn das Ergebnis das Ganze ein positives Ergebnis ergibt, obwohl das Gegenteil der Fall ist.